Bum, 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 bum. Pedro, bum, 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 warum brummst du denn so? Jemma, so klingt ein Kontrabass, wenn er gut gezupft wird. Ja, das hat sich aber eher wie ein paar Hummeln angehört, die sich streiten. Na, weißt du überhaupt, was ein Kontrabass ist? Klar, das ist ein großes Streichinstrument, das man auf den Boden stellen muss und neben dem man beim Spielen steht. Das ist fast richtig. Nur, ich habe immer gesehen, wie die Seiten gezupft werden. Also, gehört der Kontrabass logischerweise zu den Zupfinstrumenten. Hm, eine Gitarre und eine Harfe, das sind Zupfinstrumente. Aber ein Kontrabass doch nicht, der gehört zu den Streichinstrumenten. Hm, komm, wir fragen mal den am Bildschirm. Gehört der Kontrabass zu den Zupfinstrumenten oder zu den Streichinstrumenten? Hm. Gehört der Kontrabass- Untertitelung des ZDF, 2020